Emily, hast du mal Lust was essen zu gehen? Es geht auf mich? Ja, voll gerne! Der kommt alles? Oh mein Gott, kommt Lukas auch? Ich meine eigentlich... Lukas, kommst du auch? Mein Bro Marvin hat gesagt, er lädt uns alle zum Essen ein. Klar, nach dem Essen können wir beide noch ein bisschen... Lukas, hör auf! Danke Marvin, du bist ein stabiler Wingman. Ich muss da eigentlich... Marvin, ich dachte, du lädt alle zum Essen ein? Leute, Klassenausflug! Marvin lädt alle zum Essen ein!